Was ist denn? Ich habe nichts gesehen, was geschehen ist. Das ist gar nicht mehr bei sich. Dann muss man ihr die Hände festbinden. Besser wäre es, sie fortzuschaffen. Ja, ein Krankenwagen soll kommen. Sie hat sehr hohes Fieber. Machen Sie ihr kalte Umschläge auf die Stirn und wechseln Sie sie alle fünf Minuten.